ARD Text im Auftrag von Funk Ich nix, ich red mit mir selber Ach so Nein Ja Alter Ich werde die Ich werde die Darm Darm Drei 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 Was ist denn das? Du hast dann auch so viel Züge Aber eigentlich Du hast ja noch verschlossene Mutter Rückenkipp Was ist Rückenkipp? Rückenkipp Oh das ist schlecht Nein, aber die... Ja. Was soll ich Schuchtel? Weck dich! Das ist jetzt kein... Das ist jetzt ein Drang ein. Jetzt verliere ich wieder. Nein, wie das jetzt... Ich hoffe, das ist der Pio-Abgabe. Ja. Weck war's in der Tocke. Das ist ein weißer Raum, der hat gesagt, dass ich jetzt viele... ...die aktuellen Mücken sehe. Wie geht denn das denn? Oh, ich verlebite. Oh, das wird... Verdammt. So knapp, weil ich... ...schau wie denn ummacht. Ah, du ummacht. Ja. Oh, ich kaufe mir jetzt ein paar Tränke. Was ist das für eine... Afro-Musik. 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 Wie lange hast du noch wo aufzunehmen? Nicht mehr lang. Bisschen. Bisschen. Nein, ich wurde verwirrt. Aber du scheiße. Das war nett, mich immer selber. Ich hab mir drei HP abgezogen. ... ... Hm 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 Was ist das? Boah, jetzt muss ich... Sichler gefangen... ...hue. Nee, möchte ich nicht. Und jetzt... ...was passiert? So ist der... ...weil ich jetzt nicht finden. Das ist wie der nicht sterbende Scheiß. Nein. Jawoll. Ich habe es besiegt. Ja ja, wenn ich einen Käfermonster- Käferpokémon zur Schule bringe, bin ich sofort beliebt. Schon klar. Erzähl weiter, kleiner Mann. Wo bist du gerade? Ich bin auf dem Weg zum 1,60 Meter. Auch in dem Wald? Da, wo ich gerade verwendet bin. Okay. Jetzt will ich nicht so viel ansprechen. Ja, was ist vor dem Wald? In dem Wald Spaß. Oh Gott, sieht die Scheiße aus. Ich bin auf dem Weg zum 1,60 Meter. In dem Vertrieb, ja. Ja. Das macht wirklich so alles. Toll. Was heißt, du kommst so drauf. Null. Ich bin auf dem Weg zum 2,60 Meter. Nein. Nein. Ich bin auf dem Weg zum 2,60 Meter. Das ist ein 2,60 Meter. Ich bin auf dem Weg zum 2.60 Meter. Das ist ein 2,60 Meter. Ich weiß nicht, ob er jetzt vorbei ist. Nö. Hier zeig ich so aus dem Tag. Ich nehm jetzt Bieser Samen. Ich auch. Hast du das gefangen? Ich will das auch fahren. Irgendwo. In dem Wald. Dieser Samen hat nämlich eine übelstwelle Weiterentwicklung, oder? Ich weiß. Ja, das war mal mein Lieblingskoppel. Echt? Ja. Ja, genau. Meine Zaki geht daneben. Hm. Meine Zaki geht daneben. Das ist unser Schuss. Das ist unser Schuss. Das ist unser Schuss. Fridoli. Aus Pikachu. Hab ich auch gerade... Was? Maul. Oh, Kopfnuss. Das ist gemein. Alter. Pikachu mit einer Attacke verloren, hey. Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht das Pokemon. Oh Mann. Entschuldige. Na gut, dass das FIFA-Programm ist und ich angreifen kann, oder? Toll, bin gut. Musst du das nicht nachsynchronisieren? Ne. Das nicht. Wieso müsstest du dann via SCP-Linkster? Ja. Ähm. Aber first bei mir... Nicht. Oder halt... USB-Ding, das nicht erkennt. Und bei hier... Hier gibt's ja... In Pokemon... Nützt halt dann nicht den Sound auf. Aber... Gibt's ja nicht so einen großartigen Sound. Dieses SCP, das ist doch das, wo du die Treppen runtersteigst. Ja. Oh shit. Haha. Wow. Oh, ich gewinne vielleicht dieses Mal. Was kannst du denn? Ich gewinne. Komm schon. Ja. Toll. Na jetzt setzt du wieder so einen Scheiß dran rein, dann verliere ich wieder. Na. Toll. Komm schon jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Gewonnen, endlich. Jaaaa... Level 14. Okay, jetzt liegt's bis hier noch mal. Haha. Wieso? Das ist eine gute Attacke, die tut klar keinen Druck bei dem Scheiß Pokemon nicht. Oh. Wieso bleibst du jetzt hier stehen? Ja. Ja. Wieso? Was ist hier noch mal? Was ist hier noch mal? Was ist hier noch mal? Das ist hier noch mal. Was ist hier noch mal? Ich vergesse. Ich verstehe dich aber auch gerne. nicht ich bin endlich durch den Wald durch unten noch nicht in der City aber Wald wieder Bären ich habe wieder Bären gefunden bist du schon durch den Wald durch ich bin noch mal kurz in die Stadt zurück gegangen weil ich meine Pucken halbe viel Spaß der lässt die Gegner der lässt der lässt die Gegner wird übel ist der lässt die Gegner ist übel so so wie es hier das kann man hier machen und kaufen Nee, weg. Ey, was soll ich denn mit so nem scheiß Viechern, ey? Was sind doch für Kacke. Ich will keinen Tipps betreten, ey. So. Der Wald fängt da an, wo diese Weißungszahe sind, oder? Oh, nee. Nee, wieder ein Kämpfen. Alter, verlier ich jetzt. Unmöglich, deine Mutter ist unmöglich. Gary Elisa. Alter, ich bin down. Und die kommt mir zur Schuchtel daher. Ja, das ist peinlich. Oh nein, jetzt sterbe ich. Oh, was ist das? Ich habe da genau gesagt, als Herr Pikachu gestorben hat. Das zieht bei mir so gut wie gar nix ab. Machst du so ungefähr 2,45 plus? Ja. Also, du weißt nur eine Frage müssen. Ungefähr, denke ich schon. Wollte eigentlich schon langgeschlossen machen, aber dann bin ich weitergekommen, aber hatte ich wieder Bock. Ich bin gleich down. Nein. Scheiße, bin ich tot. Ich habe noch ein Ding. Hier. Viel Spaß. Ich tecnisch gut um, Market 싶. Am egoIL ja 놈ende und die jetzt Maintenant. Wie grandes penseanci är das stimmhaus. Vielen Dank.